Es ist vollbracht, hoffe ich zumindest. Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeit-Strategien da draußen. Hier zurück zu unserem Norska Let's Play in Crusader Kings 3. Ja, ich habe ja auch schon einige Jahrtümer erschaffen und ich bin ernsthaft sogar am überlegen, ob ich vielleicht sogar noch das Königreich übernehme. Aber dafür brauche ich erstmal Geld. Ich habe auch noch eine Menge an Hooks gerade eben verwendet und ich bin drauf und dran zu sagen, ich möchte ausnahmsweise mal das Geldpotenzial nutzen, was hinter meinen Gefangenen hier gerade eben so ein bisschen schlummert, um diese letzte kleine Modifikation noch vorzunehmen. Oh, das lohnt sich hier. 200, richtig, richtig krass. Und 100, sag mal, was habe ich denn hier alles hier im Keller rumliegen? Mal gucken, hier ist nochmal einer für 10. Das ist, glaube ich, gerade derselbe gewesen, ne? Für 30, ja komm, die lasse ich ausnahmsweise auch mal raus. Und für 50, so, die lasse ich tatsächlich raus. So, da la. Und dadurch kann ich nämlich jetzt hier diese wichtigen, also ihr seht alleine die Vasallenbande, die ich hier gemacht habe, die zahlen mir jetzt alle ein bisschen mehr Geld. So, und wir müssen jetzt hier natürlich noch mehr von diesen Sachen hier übernehmen. Zack. Damit gehört uns das jetzt hier und ich bin mir überlegen, wenn ich das gebe. Ich möchte das natürlich im Idealfall immer, also ich habe hier sehr, sehr viele Verwandte gemacht. Ich habe jetzt so eine Art Battle Royale für meine Verwandtschaft jetzt hier mehr oder weniger eingerichtet. Und bin gespannt, wer sich durchsetzen wird. So, du bekommst jetzt hier Arm und Jack, das Jahrtum hier. Und hast deine anderen Verwandten mehr oder weniger unter deiner Fuchtel. Neffe, Nichte, Neffe, ist da irgendwas höher geboren, ist da mit dabei? Enkel, ja der Enkel natürlich, der bekommt den Titel hiervon. Lustigerweise wird der hier gar nicht so schnell aufgeführt. Also die Menüs aktualisieren sich nicht automatisch. So, du bekommst diesen Titel jetzt hier, die Gasconje. Äh, und schon war die Kohle wieder weg, ne? Aber so ordnen wir das Ganze halt hier auch so ein bisschen. Ja, sieht schon jetzt ein bisschen anders aus, ja, ne? Wie wir uns hier ausbreiten. Ist schon heftig. So, Rudenstein kann ich immer noch nicht aufstellen. Denen, dass die viele Kronen ist natürlich nicht möglich, weil wir keinerlei unabhängige Herrscher haben. Aber das kann sich, wie gesagt, mit dem Erbfall ändern. Was so gesehen für uns gar nicht mal so katastrophal wäre. Ähm, hier mache ich wieder zulaufende Wahlen. Dann haben wir immer noch zwei. Ich kann immer noch 31 Bündnisse aushalten. Ich kann auch eine Konkubine nehmen, aber warum sollte ich das gerade eben tun? So, wir kommen jetzt auf bis zu 19.000, Mann. Oh, wir haben den Herban entdeckt. Na, also. Was für eine nutzlose Technologie. Was macht er denn als nächstes? Er hat noch nichts gewählt. Machst du jetzt mal irgendwann mal was Sinnvolles? Motten. Endlich. Wird ja auch nur 37 Jahre dauern. Unfassbar. Ich bin echt immer überlegen, ob ich einfach mal in sein Königreich einfallen soll. Um es ihm wegzunehmen. Einfach, weil es mich nervt. Es nervt nicht. Man könnte aber auch... Hier noch angreifen. Krieg erklären. Ja, ich kann keinen Religionskrieg ums Königreich führen. Warum nicht? Achso, weil man das nur einmal im Leben machen kann. Ja, ja, ja. Ich habe aber noch nie so einen Entführungskrieg gemacht. Charaktere und Gemeindebewohner des Reiches können geopfert werden. Ich glaube, das möchte ich machen. Na, die haben gedacht, sie wären jetzt hier davon gekommen. Na, von wegen. Das wird für sie noch sehr viel unangenehmer werden. Ein Entführungsüberfall ist am Start. Habe ich eigentlich viel zu lange gebraucht. Aber ich wollte es mit dem Pontifikat noch in seiner Lebenszeit hinbekommen. Aber das andere hätte mich sehr gewurmt. So, ihm geht es immer noch schlecht. Ich finde es immer noch schade, dass man nicht so einiger... Ich würde mich freuen, wenn man sehen könnte, wie viele Hitpoints sie haben. Denn es ist wirklich ein Zahlenwert natürlich, der dahinter steht. So, und hier gibt es jetzt eine gefährliche Fraktion. Das sind natürlich jetzt all die da. Und ich bin der Meinung, das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Ich helfe jetzt mal hier schon mal so ein bisschen mit den Glauben. Den einzig wahren Glauben zu verbreiten. Unseren Glauben. Schreckenszuwachs, Belagungsfortschritt, gegen Aufstände, Fraktionsmilitär, Stellgeschwelle für Vasallen. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. So, du kannst ja schon mal reinmarschieren. Du marschierst... Hallo, ich möchte dich auswählen. Danke. Du marschierst da rein. Du auch. Und du dahin. Erstmal jetzt hier alle zusammentrommeln. Ich ahne, dass das hier eine eigene Festung ist. Das ist eine Baronie hier. Das ist eine eigene Festung demnach. Und du gehst da hin. Ja, jetzt belagern wir. Bin gespannt, ob die auftauchen. Wie sieht es eigentlich mit diesem Krieg hier aus? Den schafft halt Byzanz halt nicht mal ansatzweise, ne? Also, wir machen nicht mal mit und sie verlieren ihn. So, der Nächste ist eine Hexe geworden. Gucken wir mal bei unseren Geschwistern weiter. Die haben ja auch noch Kinder. Wo wir die Hexereibekehrung... Oh Gott, das ist keine sichere Bank. Was hast du mit deinen Kindern gemacht? Unfassbar. Dass da kaum einer da mitmachen will. So, warte mal. Blutlinie stärken. Ich muss halt selber eine dieser Eigenschaften haben, ne? Dann hätte ich halt tatsächlich dieses Achievement, glaube ich, auch schon. Gucken wir mal die Wahl an... Hm, ich kann immer noch mehrere Titel schaffen. Königreich von Aquitanien kann ich übernehmen. Das Herzogtum. Ich mach jetzt mal das Herzogtum. Von der Auvergne. Die ist hier. Das ist eine Tochter. Wenn es eine Tochter ist, dann bekommt die das sofort. So. Meine Nichte will nicht. Das ist doof. Also du hast deine Kinder echt verhunzt, Jon. Ohne Witz. Du hast sie echt verhunzt. Was ist mit dem da? Hat der noch Kinder, denen man noch ein bisschen Bildung vermitteln kann? Ja, mit einem bisschen Glück. Ah, die nahe Verwandtschaft, ne? Immer eine Schande. Immer eine Schande. So. Ich muss erst mal diese ganzen Herzogtümer jetzt hier erschaffen. Poitou muss ich auch noch machen. Angeblich, wenn drei Vasallen sterben, wird immer noch... Das macht er aber ehrlich gesagt nicht, solange es in der Familie bleibt. Es bleibt nicht in der Familie. Ich habe herausgefunden, dass Botolfs erbte Vasallenbande im Auferlegen mehr an euch zu zahlen. Ja, sofort. Sofort die Vasallensteuern erhöhen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier laufen wird, ne? Was passiert, wenn ich hier eigentlich gewinne? Also der andere Sieg ist gerade eben da. Dankespiel, dass ich nicht lesen darf. Charaktere und Gemeindebewohner werden von euch geopfert. Ihr haltet 250 Frömmigkeit, 350 Prestige. Zwischen drei und fünf Höflinge werden gefangen genommen, je nach seinem Rang. Okay. Lol. Wir haben also jetzt hier so einen kleinen Aufstand zu bewältigen. Bin der Meinung, da können sich Verbündete drum kümmern. Katholischer Aufstand. Finde ich ehrlich gesagt geradezu witzig. Ich habe eine Armee frei für solche Scherze. Du kannst schon mal die ersten hier schlagen gehen. Um ihnen ihre Unverschämtheiten auszuprügeln hier. 13 Prozent. Ja, du gehst da runter. Ich muss das also kurz mal niederschlagen hier. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wenn der Eifer auf Null ist, dass sie da vielleicht nicht so aufmüpfig sind. Aber das scheint überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben. Ich habe wieder was gelernt. Du entkommst doch nicht, oder? Doch, du entkommst. Frechheit. 4000 Mann. Und das könnte hart werden. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, um die hier alle loszuwerden. Der Eindruck entsteht gerade eben bei mir. So, die nächste Hexe ist erschaffen. Ich bleibe mal bei ihm. Bei ihm scheint es was zu bringen und bei seinen Kindern. Du gehst da runter. Ist halt ein Problem, dass sie alle hier aufeinandersetzen. Aber wenn ich die jetzt hier einzeln erwische. Du kannst es da noch drauf marschieren. Ja, man kann nicht sicher sagen, wer das gewinnt. Das gewinnen wir nicht. Okay. Zieht euch mal zurück. Macht ja keinen Sinn so. Jetzt kommen die Verbündeten an. Das ist okay. So, als kollektiv müsste das jetzt eigentlich gehen. Das ist nicht Teil des Königreichs. Okay. Jetzt gehen sie alle nacheinander. Erledigt. So, mein Freund. Und für dich habe ich was Besonderes. Ja, Folter machen wir nicht. Der kommt einfach weg. Oder nee, warte mal. Er hat Mut gezeigt. Er hat Mut gezeigt. Der hat tatsächlich Ansprüche auf das Königreich Westfranken. Der wird rekrutiert. So. Erledigt an dieser Stelle hier. Wir marschieren hier wieder hoch. Wir sind jetzt hier bei 71%. Es gibt schon wieder eine Erbensituation, die hier so ein bisschen außer Kontrolle gerät, habe ich so den Eindruck. Titel können geschaffen werden. Genau, der da. Das Jartum von Pudu oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Da oben. Da herrscht eine Enkelin. Das hier ist eine Nichte. Und das ist ein Sohn. Ja, dann bekommt der Sohn das natürlich. Ich habe meinen Söhnen das jetzt inzwischen schon gegeben, ne? Weil es ist eh eine Wahlsituation. Und von daher irrelevant. Wer letzten Endes Herrscher ist und wer nicht. Durch die Wahl hat man sowieso nur eine beschränkte Kontrolle, was das angeht. Man muss ja nur einfach einen verdammt guten Charakter haben. Und die anderen dann letzten Endes alle mit der Zeit überzeugen. Oh, wie geil. Wir haben den König. Wir haben den König. Okay. Ja. Führen wir das einfach kurz zu Ende. Ach, dadurch habe ich jetzt einfach random irgendwelche Leute. Ich habe seinen Sohn. Okay. Ich habe auch seine Gattin. Oh mein Gott. Das ist für ihn echt schlecht. So, die Signy wird erwachsen. Kann auch direkt heiraten. Passt. Und der nächste wird eine Hexe. Wo sind wir eigentlich jetzt inzwischen? Ich ahne, dass... Ne, wir sind schon bei 44%. Ey, wir kommen der Sache näher. Das ist fantastisch. Den haben wir schon. Haben wir dich schon? Dich haben wir glaube ich schon. Oh, das hat er versagt. Dich haben wir noch nicht. Der will jetzt halt schon mal hier instant jemanden auslösen. Das ist deine Frau, ne? Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Weil... Wer fragt, verliert. Das ist eine Regel bei uns. Das ist eine knallharte Regel bei uns. So, ich löse die Truppe mal gerade eben auf. Ihr seid alle... Nicht gerade begierig darauf, dass eure Verwandten weiterleben, ne? Du solltest dich doch mit so etwas auskennen, dass man solche Dummheiten nicht macht. Tja, was soll ich dazu sagen? Wir sind schon 75. Das heißt, wir werden nicht mehr so viel Zeit haben. Die große Preisfrage ist halt, was wollen wir jetzt in seinem Leben noch machen? Wollen wir es tatsächlich wagen? Ein Einfall? Ne, ich habe immer noch einen Waffenstillstand mit ihm. Verdammt. Wir haben immer noch einen Waffenstillstand. Das ärgert mich. Hier ist das Königreich noch nicht gegründet. Hmm. Mal überlegen. Ich könnte natürlich auch versuchen, einen Einfall ins Königreich hier oben zu machen. Denn es nervt mich so ein bisschen, ne? Dass er halt die ganze Zeit hier zu sagen hat. Wie viele Männer hat er denn? Zehntausend. Ich habe halt doppelt so viel wie er. Ich kann ihn de facto einfach unterwerfen. Wir machen einen Unterwerfungskrieg. Ich habe die Nase voll, dass die ständig hier glauben, sie könnten ihr eigenes System neben uns hier hochziehen. Es ist vorbei, mein Freund. Es ist vorbei. Wir heben alle Truppen hier aus und ich werde natürlich alle Verbündeten rufen. Ich muss meine Verbündeten irgendwann dann auch nochmal unterwerfen. Fällt mir gerade eben so auf, ne? Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Du gehst da noch mit drauf. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Das sind einfach zu viele auf einem Fleck. Wenn ich ehrlich bin. Ich kann sie nicht mal gerade eben auswählen. Was war denn das gerade? Okay. Ich warte jetzt gerade eben erstmal, bis sie da sind. Ich glaube, dass eine richtig große Entscheidungsschlacht ganz witzig wäre. Na, da kommt mal rein, Freunde. Es scheint ja schon ein bisschen Spaß mit irgendjemandem zu haben. Der nächste Kriegsführungsvorteil ist da. Ey, ich hoffe wirklich, dass wir das noch schaffen. Ich könnte halt nochmal irgendwie nochmal einen Bonus gebrauchen. Oh, da sind einige. Truff. Das ist die Entscheidungsschlacht, von der wir gesprochen haben. Er hat halt überhaupt keine Chance, ne? Das waren jetzt schon 32%. Wir gehen da drauf. Ich sehe, ich kann die Truppen gerade eben nicht mal auseinander trennen. Jetzt kann ich es auseinander trennen. Du gehst da hin. Und du gehst da hin. Dann gehst du da hin. Dann kannst du nämlich in beide Richtungen agieren. Und da findet irgendwie noch so eine Konkurrenzveranstaltung statt. So, die nächste Hexe ist geschaffen. Wie viele Kinder hast du denn noch, die ich hier noch überzeugen kann? Zur Hexerei bekehren. Ich will gerade mal gucken. Ich habe in der Zwischenzeit mal zwei Kinder hier gemacht. Jetzt sind wir schon bei 45%. Okay. Also ich alleine schaffe das nicht. Da sind noch andere mit dabei. Das ist ganz offensichtlich. Ja, ganz groß mitmachen. So, die Hauptstadt ist gleich schon gefallen. Das geht überraschend schnell. 52%. Da mischen wir mit. Und wir haben wieder eine Tochter. Oh Gott, die kann ja gar nichts. Das ist an dem Ding. Die Nachfolge ist sicher. Was ist denn das? Dieses Achievement war mir nicht wirklich geläufig. Die hauen glaube ich ab. Da kann ich glaube ich nicht viel tun. Du holst dir das da noch. Ich akzeptiere jetzt nicht, dass die hier die Gebiete mir vor der Nase weg belagern. Das hier ist auch von uns schon genommen. Ich muss jetzt hier ein bisschen sammeln. Ne, ne, ne. Du bleibst hier stehen, wie ich gerade eben sehe. Wir haben schon wieder viel zu wenig Versorgung, wie ich gerade erlebe. Wieso verliebe ich so krass Versorgung hier oben? So, ich kann das Königreich Aquitanien schaffen. Ich glaube, das vergebe ich dann auch direkt schon mal an jemanden unter mir. Wie wäre es mit, äh, nicht meinem Enkel? Enkel? Hatte ich nicht einen Sohn? Tochter, ja, hier die Tochter. Titel vergeben, Königreich Aquitanien. Viel Spaß damit, Mädel. Dann muss ich mich nicht mehr hier um diesen ganzen Klabberadatsche kümmern. Was ist denn mit? Genau, dann ist das nämlich nicht hier mein Aufgabengebiet primär. Äh, Häuptlingtum Pilsen. Nichts, was ich jetzt gerade eben unbedingt brauche. Ich bleib mal hier stehen, ne. Das ist ganz gut so. Wir haben wieder einen neuen Erben. Das geht hier einfach nur krass ab. Also das ist jetzt hier mein neuer Erbe. Die sind jetzt alle... Boah, der hat ja einen Kampfgeschick. Okay, ich glaube, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass er es werden soll. Der Einer. Der Einer soll es werden. Da stimme ich jetzt auch dafür. Laufende Wahlen. Hochkönigreich Norskar. Der Einer, ja, da ist er. Beim Rest ist es mir eigentlich egal. Wobei, ne, das kann nicht sein. Ich muss auch das Königreich Norskar behalten. Der ist auch jung. Muss ja nicht schon wieder so einen alten spielen, ne. So, der nächste wird zur Hexerei konvertiert. Ich gucke gar nicht. Naja, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ist dann halt so. Die ist noch zu jung. Also den habe ich ja gerade eben schon gemacht. Gibt es noch andere Verwandte? Behaupte irgendwelche Leute. Komm, ich, ich, ich. Nehm jetzt irgendwelche Leute. Hauptsache sie machen mit. Wir brauchen einen Hexenzirkel. Bitte melden Sie sich freiwillig. Oh, 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 oh. Das wird knapp. Äh, oder auch nicht. Als wir persönlich auftauchten, war es eine Sache von Sekunden. Dass dieser Krieg endete. Oh mein Gott, es gibt einen Skandal. Wen interessiert's? Ich würde mir wünschen, das Spiel würde da ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten. So, wir können das jetzt hier schon beenden. Er ist unterworfen. So. Wir haben ihn unterworfen. Das nenne ich mal ein Reich, ey. Wir sind das neue Kulturoberhaupt. Der will sein Kind. Oh, du hättest nicht fragen sollen. Der war so wertvoll. Und der? Konkubine anbieten. Wen denn? Die Oda. Die ist 51 und sehr schlau. Die nehme ich an. Oh, die ist tot. Schade. Gibt es dann doch keine Bekehrung an der Stelle hier zur Hexerei. Vielleicht klappt es bei der. Und wie sieht er mich so? Ja, er ist jetzt nicht unbedingt Fan. Bekehrung verlangen. Ja, ich nehme das Angebot an. Hat er halt ein leichtes Druckmittel gegen mich. Warte mal, bist du... Das ist okay. Einfach weil er zum richtigen Glauben angehört. Da können wir drüber reden. So, also wir haben jetzt ihn hier unterworfen. Das ist gut. Es gibt eigentlich nur noch da oben ein paar ganz, ganz wenige, die problematisch sind. Das hättest du nicht tun sollen, Mann. Das hättest du nicht tun sollen. Hört doch auf damit. Ihr seid doch wahnsinnig. So, wir übernehmen diesen Titel. Barcelona gehört nun auch uns. Und ich muss schauen, das hier ist eine Nichte. Enkel. Tochter. Ja, dann. Titel vergeben. Barcelona. Wie groß ist jetzt eigentlich unsere Macht? Ja, gar nicht so groß. Das muss ich erstmal alles wieder aufbauen. Oh, nein! Wie nur da ist es passiert? Oh! Schade! Oh, ich hatte echt gehofft, wir schaffen es noch. Also, ja gut. Wir sind gestorben. Der Filchir Stirbjorn, Sohn des mächtigsten Helden, den wir je gesehen haben, ist nach 77 Jahren von uns gegangen. Um an den Festmahlen im Jenseits teilzunehmen. Er starb an der Altersschwäche. Was für eine Schande. Er war bekannt für seine aufgefeilten Strategien und verbrachte oft tagelang, damit Schlachtfelder zu bewerten und seine Truppen auszubilden. Ja, sein Sohn Einar besteigt den Thron. Seine Schönheit spottet jeder Beschreibung und fremdländische Würdenträger werden nicht, werden sich ihm zu Füßen werfen. Heil dir, Einar. So, wir sind also ein tapferer Dude. Sind verdammt gut im Kämpfen, sind eher so der hinterhältige Welche. Haben bis jetzt erst eine einzige Tochter und, äh... Ja, Liebesdinge wären vielleicht mal nicht schlecht. Die Schuppige Welche hier. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Die Schuppige jetzt hier zusammen mit dem Wunderschönen hier zusammen... Ich glaube, es gibt deswegen nur ein Kind, weil das Spiel nicht weiß, was ich damit tun soll. Ich mache einen Übungskampf für sie. Lektionen der Vergangenheit. Ach, warte mal. Ich muss ja hier noch ein paar Sachen machen. Äh, das Spiel... Er ist ein gebildeter Welcher. Hier ist ein... Ich finde es halt echt doof, dass ich das hier nicht einfach machen kann, ne? Er geht... Ich glaube, hier möchte jemand ewig leben. Schwerpunkt auf Gelehrsamkeit. Der hat daraus gelernt, Leute. Ich sag's euch. Der erste Gelehrte unter uns. Lektionen der Vergangenheit. Die Nacht bricht herein und die Kerze, die das Schriftstück vor mir erleuchtet, wird stündlich kürzer, als ich dann ein letztes Mal auflackere und es mich dann im Dunkeln zurücklässt. Sind die Geheimnisse der Schriftrolle nach wie vor unentdeckt. Ja, ich kann weitermachen. Ich kann einen Kriegsführungs-, einen Bildungswert bekommen. Komm, wir machen das. Seid mir von Anspannung überwältigt. Ja, hoch lebe der... der König. Boah, ey. Und jetzt verlassen uns die richtig guten... Ne, ich hol mir natürlich die Besten rein. Keine Frage. Der ist okay. Gott, bist du schlecht. Mädel, bist du schlecht. Ich tausche den da rein. Hier hole ich mir jetzt einfach den nächstbesten zuweisen. Hier, da haben wir schon mal jemanden, der ist recht gut im Geld machen. Und hier... Ja, 26. Ich muss ja auch dafür sorgen, dass wir jetzt hier nicht einfach so überfallen werden. Wir sind über der Domänen-Schwelle. Domäne? Jawohl. Er hat irgendwo noch eine Domäne... Ne, warte mal. Das ist Quatsch. Er hat irgendwo eine Domäne, die ich nicht haben will. Muss gucken, wo. Der hat sicherlich irgendwo Land, das ich nicht will. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also hier oben ist es nicht. Das heißt also, wir haben irgendwo ein richtiges... Stück Land, das uns nichts angeht. Wo? Da! Agen! Der Kollege ist das. Das geben wir jetzt weg. Damit fangen wir überhaupt nichts an. Äh, die Tochter bekommt es nicht, aber die Halbschwester... Äh, warum kann ich es nicht weggeben? Ach so! Ich muss das jetzt ja von Hand aus wählen. Didi, 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 so. Gut! Nachfolge nominieren, Runenstein aufstellen. Machen wir instant. Mh, in Socken. Türgereise muss ich nicht machen. Es gibt gefährliche Fraktionen. Okay. Unabhängigkeitsfraktion. Unser Ratsprediger. Und jemand aus meiner Familie. Die Königin von Aquitanien. Okay, das ist ganz schön frech, was die hier treibt. Das ist ganz schön frech. Ja gut, es kann gut sein, dass jetzt unser Glaube anfängt, ein bisschen zu zersplittern. Er ist jetzt so der Gebildete. Und so werden wir ihn auch ein bisschen spielen. Er ist paranoid und eigenwillig. Und er weiß, dass er ohne Geld nirgendwo hinkommt. Deswegen versucht er nun, so viel Geld wie möglich zusammenzukratzen, um sich im Zweifelsfall erwehren zu können. Außerdem ist er sowieso mehr an der Reformation dieses Glaubens, glaube ich, auch wiederum interessiert. Also wir werden hier jemanden jetzt haben, der nicht der krasse Eroberer ist. Er wird sicherlich auch Dinge erobern, aber er wird einen anderen Ansatz wählen. So, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Die Blutlinie stärken. Ja, das Problem ist, wir sind leider nicht intelligent. Das ist ein Problem. Ansonsten hätten wir das starke Blut machen können. Dynastie der vielen Kronen sind wir noch weit davon entfernt. Ich kann noch jemanden übertragen. Genau das mache ich. Jetzt mag sie uns ein bisschen mehr dadurch. Okay. Jetzt habe ich immer noch diesen einen Bildungsvorzug. Das doof ist. Ach, jetzt kann ich ihn endlich verteilen. Standart der Anführer. Dienst an der Krone. Natürlich verschrecken. Kriegsgrundkosten reduzieren. Ich mache das da. Standart der Anführer. So, dann gucken wir mal. Beim nächsten Mal geht es weiter, meine lieben Freunde. Ich hoffe, dass wir keine komplette Zersplitterung jetzt hier erleben. Er hat auf jeden Fall immer noch die Titel Hochkönigreich und Königreich Norska. Hat insgesamt drei. Muss man gerade mal gucken, welcher der alle hat. Er hat einmal das da. Ich habe die auch reduziert. Ursprünglich. Damit die Leute nicht so gehässig sind. Und das da noch. Okay. Ja, aber drei Stück müssten eigentlich gehen. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Macht's gut bis dahin. Tschüss und Ade. das Prix der Lied nicht zu be нами ist. Es ist verkauft worden,